So, wir sind hier noch auf der Bälle und Jochen hat hier auch noch mal einen kleinen Seltenfang gemacht. Überzeugt euch selbst, einmal das Fischquiz für alle. Und Jochen vertikal? Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Kein schlechter dazu. Ja, der hat gute 40. Ich bin so groß wie der erste, aber immer noch sehr klein. Sehr gut. Warte, noch mal verpasst. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal. Jochen vertikal.